Hä? Wieso hat die 33 und die haben 36? Hab ich bei Catwoman eine... Uh, ich hab vergessen die... Hä, ich hab die doch letztes Mal gemacht, hat er das nicht abgespeichert? Dann machen wir mit Catwoman jetzt Gefängnisaufstand noch. Was denn, Triss? Na, ein Hammer, auf jeden Fall noch genug Zeit, da können wir auch schon mit Kampfkarten mit Nightwing anfangen. Wieso hat denn das hier nicht abgespeichert? Ich muss mich verarschen. Breakdance-Move hier. Was willst du denn hier? Ich zerknack dich jetzt mal, Freundchen. Brutal. Ja, Catwoman ist immer, um zweideutsch zu denken. Ich mein, bei dem Outfit, no, äh, da ist ja auch kein Wunder, oder? Nee! Hallo, ich bin noch ausgewichen? Was ist denn hier mit den Frames wieder? Na, sie sind aber nicht so clunky wie in Arkham Origins. Was war ich da letztes Wochenende getriggert? Weil ich bei Arkham Origins verenglischt versucht habe. Piss dich doch, du Judas! Weil ich da versucht habe, Deathstroke zu besiegen. Eine Stunde! Dieser scheiß Bosskampf. Nur weil ich diese Trophäe wollte. Aber Arkham Origins ist echt voll clunky. So von der Steuerung. Das hier geht ja ab wie Butter. Also wenn ich so treten würde, wäre ich aber schon zehnmal meine Bandscheibe rausgeflogen. Du würdest doch kein Mädchen schlagen, oder? Der schon. Der hat ja auch ein Gesicht... Was reißt denn da die Kommung ab? Der hat ja auch ein Gesicht, das noch nicht mal eine Mutterlieb haben würde. Fast wie mein Gesicht, nur... Das hat eine Mutterlieb. Ach ja, ja! Willst du mich denn gerade verarschen? Jetzt springst du ausgerechnet über den einzelnen Typen drüber. Wo du nicht drüber springen musst. Uh! Alles Gute, komm von oben. Ich hätte doch um Hilfe gebeten. Was war die? Dachte ich, oder? Egal. Ich meine, da war ich ja frustriert. Hey! Hau doch genau den einzigen Typen, den du nicht schlagen darfst, ne? Dance! Computer, sag nein! Das war ja schon fast ein Black Widow-Move hier. Nee! Ach nö, ich hab zu spät gesehen, dass... Nein! Ich hab zu spät gesehen, dass der eine Panzerung hatte. Ja, schlitzt dich selbst wo einen hin. Ja, ich hab hier auf Englisch, äh... So. Egal, damit haben wir die Punktzahle mit Catboom gefiltert.